Willkommen hier im Showroom in Empfingen. Zwei schöne Mega-Sofas im Set von Willi Schillig. Eine Neuheit. 165,52. Ah, ist das bequem. 165,52. Eine Sofagarnitur bestehende aus zwei Sofas. NH90, NH80. Beide mit Sitztiefenverstellung. In Stoff V39, 22 Light Grey. Ein Flachgewebe, sehr strapazierfähig, sehr hautsympathisch. Was kann die Garmitur? Dekokissen gehören nicht dazu. Sie haben hier eine Sitztiefenverstellung, die Sie auch wirklich im Sitzen bedienen können. So habe ich normale Sitztiefe, einen Tonnen Sitzkomfort mit Nossackunterfederung. Und so habe ich dann die Lümmelsitztiefe. Ich habe hier eine bequem geformte Armlehne, sodass ich mit diesem Nackenkissen, was dabei ist, wunderbar auch drauf liegen kann. Gute Nacht, Freunde. Ich habe zwei Sofagrößen, eine gefällige Form. Ein bisschen nach Ewaldschilig sieht es aus, ehrlich gesagt. Aber Ewaldschilig gibt es in der Form ja nicht mehr. Pflegeleichterstoff, habe ich gesagt, großzügigem Maße, 248 und 228. Die Garnitur ist die Messegruppe, die erste Garnitur, die gezeigt wurde auf der Messe. Und wir geben die jetzt ab für unglaubliche, beide Sofas zusammen, für unglaubliche 1.490 Euro plus Versand, 199 Euro. Sie haben also eine Spitzen-Garnitur, eine Markengruppe zum Preis von einem No-Name-Produkt. Was will ich noch sagen? Geile Form, geile Funktion, geiler Stoff. Kommen Sie nach Empfingen. Würde mich freuen, Sie kennenzulernen. Ansonsten machen Sie einfach Klick. Ach ja, wenn Sie nur ein Sofa haben, können wir auch wiederholen. Dankeschön. Und tschüss.